Sie wissen, dass hier Halteverbot ist? Ja, ich bin gerade mal abgeschliffen vor der Mauer. Ja, dann sollten... Ja, Sie dürfen hier nicht parken, ne? Ich habe gerade beobachtet und Sie haben hier geparkt, Sir, ne? Dürfen Sie nicht. Ja, ich schleppe gerade ein Auto ab. Ja, Sir, ich sehe hier kein Auto... Also hätten Sie gerade ein Fahrzeug abgeschleppt, würde ich nicht sagen. Aber in der Zeit, ja, da stehen sogar zwei Autos oder sogar drei. Aber Sie haben gerade kein Fahrzeug abgeschleppt. Sie standen hier gerade und haben an den Telefon geschaut. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sie eine SMS geschrieben haben, Sir. Hier ist ein aktives Halte- und Parkfahrerboot. Und Sie dürfen hier weder halten noch parken, Sir. Da ich mit dem Abschlepper hier gerade unterwegs bin... Ja, auch in dem Fahrzeug war jetzt kein Warnzeichen aktiv in der Zeit, wo ich hier stand. Bei mir sind die Warnzeichen an. Nein, bei mir sind die Warnzeichen nicht an, Sir. Fahrzeug wird jetzt abgeschleppt und Sie müssen sich ansonsten jetzt ein anderes Fahrzeug holen. Schönen Tag noch. Ich gehe mal sehr. Schönen Tag noch mehr.